Solche Bilder wird es in den kommenden Tagen häufig geben. Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Und damit dabei alles rechtsstaatlich zugeht, bieten 120 Anwälte ehrenamtlich Hilfe an. So auch Lea Vogt aus Bremen. Im Rahmen der anwaltlichen Nothilfe wird sie ab morgen Demonstranten vor Übergriffen der Staatsmacht schützen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade bei so großen Polizeieinsätzen es doch immer wieder in Situationen kommt, wo die Grundrechte, das Versammlungsgrundrecht, in Mitleidenschaft gezogen wird. Also die Bilder von riesigen Kesseln, wo Demonstranten viele, viele Stunden oft schon zusammengefärscht wurden und wo sich dann hinterher herausstellt, in vielen Fällen, dass diese Maßnahmen rechtswidrig waren. Mit Protestieren kennt sich Lea Vogt aus. Schon als Schülervertreterin demonstrierte sie 2003 gegen den Irakkrieg. Die Gesamtschülerinnenvertretung ruft alle dazu auf, sich am Widerstand zu beteiligen und den Kriegstreibern und allen Unterstützern ein klares Nein entgegenzuschleudern. Auch beim Protest gegen den G8-Gipfel im Jahr 2007 war sie dabei. Mit Sorge beobachtet sie die Auseinandersetzung zum G20-Gipfel. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Tagen schon so aus Hamburg vermeldet wurde, man befürchten muss, dass im Moment die Linie des Senats eher ist, dass alles, was da an Protest zu erwarten und geplant ist, eher als Ärgernis, als mehr oder weniger notwendiges Übel gesehen wird. Und man eben nicht sagt, natürlich gehört zu so einer Veranstaltung, wenn man die sich eben in die Stadt holt, auch dazu, dass Leute dagegen auf die Straße gehen. Auf eben dieser Straße will Lea Vogt ab morgen Demonstrationen als juristischer Beobachter begleiten. Außerdem wird sie sich in der Gefangenen-Sammelstelle um festgenommene Demonstranten kümmern. Das ist auch ein ganz normaler Job, aber klar, ich habe den nicht ohne Grund gewählt. Ich will Leuten, die mit der Staatsmacht konfrontiert sind und da meistens am kürzeren Hebel sitzen, wenn nicht immer, die will ich unterstützen und denen zu ihrem Recht verhelfen. So viel ist angesichts dieser Bilder klar. Reibungslos geht der G20-Gipfel schon jetzt nicht vonstatten.